Herzlich willkommen in der Küche der Familie Ting. Ist Ihnen gesunde Familienküche genauso wichtig wie mir? Mein Name ist Nikolas Ting. Ich bin Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftler und MW Academy Trainer für Gesundheit und Ernährung. Gesund kochen, Nährstoffe erhalten, Gerichte zaubern, die tolle Farben auf den Teller bringen, Zeit und Energie sparen und mit einem Turm kochen? Ja, dies schafft das Kochgeschirr von iCook mithilfe einer auf dem Markt einzigartigen Kombination aus patentierten Technologien und hochwertigsten Materialien, die nur MW mit iCook anbietet. Am Ende dieses Videos werden Sie zu sich sagen, wow, das will ich auch haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe schon Hunger und meine Kids können auch nicht mehr lange warten. Ran an die Töpfe! Ich koche heute mit dem 17-teiligen Familienset. Was gibt es denn heute? Heute werde ich Ihnen Zitronenfrühkartoffeln mit grünem Spargel aus regionalem Anbau und gedämpften Lachskredenzen und werde Ihnen zeigen, wie einfach, wie nährstoffsparend, wie energiesparend das mit dem Turmkochen für die ganze Familie funktionieren kann. Ich werde jetzt den 4 Liter Gartopf benutzen und grundsätzlich ist zu sagen, dass das iCook-Kochgeschirr aus hochwertig verarbeitetem Edelstahl hergestellt ist, das obendrein noch unabhängig zertifiziert ist, für den lebensmittelsicheren Gebrauch bei Ihnen zu Hause. Ich beginne jetzt mit den Kartoffeln, weil das ist das Lebensmittel, was am längsten braucht. Wir haben hier regionale Frühkartoffeln, die habe ich jetzt schon vorbereitet und gewaschen. Ich lasse die mit der Schale, das bringt natürlich mehr Ballaststoffe, die Nährstoffe bleiben auch erhalten und ich schichte die jetzt in diesem Gartopf und fülle sie mit lediglich weniger Wasser, wie ich sonst gewohnt bin, auf. Gerade bei Frühkartoffeln ist es wichtig, dass sie eher dämpfen, als dass sie kochen. Ich setze jetzt schon den Dampfgareinsatz dieses Kochsets hier drauf und lasse das Ganze dann bei mittlerer Temperatur erhitzen. Was macht das Kochgeschirr von iCook so besonders? iCook bietet mit dem OptiTemp einen Topfboden, der durch die spezielle Sandwich-Konstruktion gleichmäßiger und vor allem auch schneller warm wird als handelsübliches Kochgeschirr. Die Wärme vom OptiTemp-Boden wird durch den dreischichtigen Wandaufbau der iCook-Töpfe und Pfannen sehr lange gespeichert. Das spart Zeit und Energie und schont obendrein die Umwelt. Kommen wir nun zu dem Kernthema von iCook. Gesund kochen mit der einzigartigen Vitalok-Methode von iCook. Die Vitalok-Methode ist eine Methode, um nährstoffschonend und wassersparend zu kochen. Wir nutzen vorwiegend das Wasser aus den Lebensmitteln. Wie Sie jetzt sehen, tritt hier Dampf aus. Wir drehen den Deckel auf der Flüssigkeit, die sich zwischen dem Deckel und dem Rand des Topfes gebildet hat. Verteilen so die Flüssigkeit, senken die Temperatur. Dadurch entsteht eine kleine Niederdruckmethode, indem Sie die Nährstoffe bis zu ein Drittel sparen können. Mehr Nährstoffe dann beim Kochen heraus. Dadurch, dass Sie weniger Wasser brauchen, weniger Wasser wegschütten und dadurch, dass Sie dann mit einer adäquateren Temperatur, Gartemperatur kochen. Wir haben jetzt hier den Dampfeinsatz schon mit erwärmt und werden jetzt oben den Spargel und den Lachs langsam mitdämpfen. So geben wir jedem Lebensmittel die Temperatur, die es braucht, um optimal gegart zu werden, aber auch ein tolles Nährstoffprofil für Ihr Gericht zu zaubern. So, ich nehme jetzt schon den Spargel, den habe ich jetzt gewaschen und die Enden sind nur kurz abgeschnitten. Wir legen jetzt den Lachs mit der Haut hier oben rein. Setzen den Deckel auf und werden mit der Temperatur wieder auf die Hälfte bis zu zwei Drittel des höchstmöglichen hochgehen und warten auch hier, bis wieder etwas Dampf herauskommt, um die Vita-Lock-Methode anwenden zu können. Kochen für die ganze Familie bedeutet auch, verschiedene Geschmäcke abzuholen. Wir können hier jetzt noch den Turm erweitern, indem wir auf der höchsten Stufe nochmal die kleine Turmhaube aufsetzen können und dann Reis oder andere Lebensmittel ganz schonen und bei niedriger Temperatur garen können. Hierfür habe ich jetzt gewaschenen Basmati-Reis. Zum Beispiel einer meiner Söhne mag keine Kartoffeln, also biete ich ihm auf einer Kochstelle dann natürlich noch den Reis an. Nutze auch hier wesentlich weniger Wasser, nämlich eins zu eins. Ich lasse in diesem kleinen Topf dann den Reis kurz aufkochen. Wie Sie sehen, tritt schon leichter Dampf hier aus dem 4-Liter-Gartopf. Sie können das testen, ob genügend Energie und genügend Wasser schon oben angekommen ist, indem sich der obere Teil leicht drehen lässt. Ist das der Fall, können Sie auf die niedrige Temperaturstufe herunterstellen. Und jetzt lassen Sie das Ganze mit ein wenig Niederdruck und mit einer adäquaten Temperatur für alle Lebensmittel nun 10 bis 12 Minuten fertig garen. Was Sie jetzt hier sehen, ist die Tatsache, dass hier viel zu viel Energie im Topf ist. Durch die hochwertige Verarbeitung wird die Energie im Topf gespeichert und Sie können jetzt zum Reiskochen den Topf komplett von der Stelle nehmen und auf den Turm draufsetzen und nun mit dem gesamten anderen Lebensmittel fertig garen lassen. Diese obere Energiestelle wird Ihnen ausreichen, um den Reis fertig zu garen. Schauen Sie sich diesen tollen Kochturm an. Er ist ein Beispiel für eine tolle Energieeffizienz und natürlich auch für nährstoffschonendes Garen. Und zwar Garen, wie es jedes Lebensmittel für seine Verhältnisse braucht. Und eine Besonderheit des iCook-Kochgeschirrs möchte ich Ihnen noch zeigen. Und zwar diese ergonomisch und hochwertig verarbeiteten Griffe, die bis zu 204 Grad Temperatur beständig sind. Das heißt, Sie können diesen Topf einfach in den Ofen stellen und es macht einfach Spaß, jeden Tag damit zu kochen. Und dazu führen natürlich auch diese Griffe. Und einen weiteren Vorteil möchte ich Ihnen nennen. Durch das Design und durch die Konstruktion lässt sich das iCook-Kochgeschirr sehr platzsparend in Ihrer Küche lagern. Sind Sie genauso gespannt, wie ich, wie es jetzt aussieht? Also, der Turm sieht ja schon mal fantastisch aus. Den schieben wir mal kurz auf die Seite. Und dann schauen wir uns mal den Reis an. Und Sie sehen, der ist schon fertig gegart mit dieser Niedertemperatur und leichten Weiter-Lock-Methode. Sie sehen, wir haben einen schönen, lockeren Reis und müssen kein Wasser, also keine Nährstoffe verschwenden und womöglich irgendwie wegschütten. Also, das ist wirklich nährstoffschonendes Kochen in Perfektion. So, schauen wir mal nach den anderen Lebensmitteln. Diese Farben sind wirklich fantastisch. Und Sie können jetzt zum Beispiel diese Turmhaube nutzen, um das abzustellen. Und wir schauen jetzt einfach mal, die Kartoffeln sind wirklich durch. Sie sehen hier, lassen sich einfach ganz locker durchstechen. Fantastisch, das ist perfekt für Frühkartoffeln. Und jetzt werde ich das wenige Wasser, und Sie sehen, wie wenig Wasser das ist, werde ich jetzt abschütten. Was wir jetzt nur noch machen müssen, ist, dass wir den Frühkartoffeln ein wenig Frühlingsspritzigkeit einhauchen. Dies machen wir mit kleingeschnittenen Zitronen, die wir einfach damit reingeben. Ich nehme ein bisschen Zitronensaft dazu und natürlich ein wenig Knoblauch und das Ganze dann kurz mit den warmen Kartoffeln dann einfach einwirken lassen. Zum Beispiel kann man dazu auch schon ausgepresste Zitronen nutzen. Ich nehme dann Knoblauch, schneide den mit leicht klein und brate jetzt das Ganze kurz an. Hier verwende ich ein wenig Olivenöl. Und wende einfach die Frühkartoffeln eben in dem Knoblauch, auch in den Zitronen. Und Sie hören schon, wie schnell sich der noch warme Topf schon wieder erwärmt. Dank der tollen Bodenkonstruktion, dem OptiTemp und natürlich dem dreiwandigen Konstruktionssystem. Geben wir noch ein bisschen Salz dazu. Und natürlich Pfeffer. Und nun können wir endlich servieren. Sieht das nicht fantastisch aus? Das Essen sieht viel gesünder aus. Und vor allem, es bringt Ihnen mehr Nährstoffe, mehr Farben. Und das ist optimal für eine gesunde Familienküche. Sie können sich mit den verschiedenen Sets von iCook ganz nach Ihrem Bedürfnis Ihre individuelle Haushaltslösung zusammensuchen. Schauen Sie doch einfach mal auf der M-Way Online Seite nach und überzeugen Sie sich von den verschiedenen Möglichkeiten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit iCook und vor allem viel Spaß mit der gesunden Familienküche. Tschüss und bis bald.